Schnell und auf und scheiße und scheiße So meine Freunde, hallo, gute und willkommen zur Fortsetzung von Amnesia Wir haben ja immer noch hier diesen komischen, ja, unsichtbaren Fuzzi Wo ich nicht weiß, was soll ich mit dem anfangen Der ist ja gleich hinterher Äh, wo ist er denn? Hallo? Ah! Hier steht er dann da rum, weißt du? Da weißt du, du sollst den machen, wo sollst der hingehen Geh doch mal woanders hin, hier Wo muss ich denn hin? Da hinten ist da eine Tür, oder was? Ah, ich weiß nicht mal, wo ich hingehen muss Ich kenne ihn doch so Oh Das war nicht so gut Oh, das scheint mir zu schmecken Ist er dann abgelenkt? Ist er bestimmt abgelenkt, oder? Ja, aber schnell beim Essen ist er, du Kollege Halte, Walter Aber lange ist der nicht abgelenkt, oder? Na, knappe der da an dem Leicheteil oben Und hoch Und schnell Und auf Und scheiße Und scheiße Schleee Halle Das war aber leicht knapp Ähm Ja Aha Das ist eigentlich mal ein Inventar Hab ich da noch was drin? Chemientopf Laterna Ich hab keine Zinddünger mehr Ich hab hier wieder Oh, nix Eine geschnitten und blaue Flecke Ha, supi Also, das ist ja schon mal richtig scheiße Was muss ich eigentlich machen? Ne 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 Brauch ich ja alles gar nicht Brauch ich alles gar nicht Weiter komm hier Ich hab hier FPS einbrüche Was ist denn jetzt los? Noch 17 FPS Also wenn die Aufnahme hier scheiße ist Dann weiß ich ja was los ist Irgendwas läuft gerade im Hintergrund Und ich weiß nicht was Aber es ist gerade Zeit Und Tempo Ich komm hier nicht hoch Geh hoch Mein Herrn Was ist das denn? Was ist denn das? Hohle Nadel Hab ich aufgenommen Was ist denn die hohle Nadel? Hm Hohle Nadel Wo muss ich denn hin? Muss ich da Kann ich was werfen hier von der Bücher oder so? Ne Natürlich nicht Wäre ja langweilig Wenn ich was werfen könnte Och Könntest du denn ja ablenken Das wäre ja langweilig Geht doch gar nicht Bleib doch da weg einfach Geht doch einfach Geht doch kacken Es ist mit einem Nein Es ist mit einem Schloss verriegelt Einen stark Chirurgischen Nadel Kann ich die benutzen Mit dem Schloss Habe ich jetzt aufgekriegt? Ah So geht es Ja Haben wir es doch geschafft So Ist ja immer noch hinter mir her Was ist das denn hier alles? Also es sieht ja auch nicht so lecker aus hier Ich fühle mich im Wasser nicht sehr wohl hier Von allen Dingen will das hier so wieder Oh Da Was ist das? Nein 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 Geht doch fast drauf Du Idiot Geht doch fast drauf Oh 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 Blockiere den Weglauf Blockiere den Weglauf Wie blockierst du denn den Weg Kollege Der Nacht Blockieren den Weglauf Wir wollen hier Wo ist da irgendwie eine Kiste oder so? Mach die Tür auf Mach die Tür auf Muschen hin Wo muschen hin Wo muschen hin Wo muschen hin Ich fühle mich hier nicht wohl Wo läuft der? Ich fühle mich gar nicht wohl hier Mir geht es gerade nicht gut Was ist das denn da? Ist der jetzt hier in mir oder nicht? Ich höre es Ich höre irgendwo Oder ist es aber Schnelle Hau Jetzt Wo muschen hin Wo muschen hin Wo muschen hin Ich probiere den Weglauf Nützlich Wo musch denn hin Hier Alter Das wird immer näher Der ist immer schneller Der ist gleich bei mir Der hat mich gleich erwischt Geht doch rein Was der lackierte Rumpf Der SS Hortensie glänzt Ey Also Ne Was ein Level Das ist Nicht gut Gar nicht gut Ganz schlecht Ganz schlecht Schlechter als Ganz schlecht Hier ist kein Wasser Das ist gut Ach Herrlich Oh Was ist das denn hier? Da fühlt man sich aber auch nicht viel wohler Hier Was ist denn hier? Alle voller Adler und Kram Alter Bin schon hier hin geraten Bin schon hier hin geraten Äh Ne 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 Das ist alles nicht so toll hier Bin schon hier hin geraten Was ist drin Na Ja Wollte mir jetzt zeigen Dass ich erst die Tür Da ist immer rein Soll Gehen soll Oder was Ey Da liegt einer drin Oder was Oder ist das so Es ist das Vieh was ist da irgendwas muss ich da was tun muss das ist ein mensch da wird der platz plötzlich noch mal ins was und dann das ist aber ein bisschen seltsam für mich sage ich jetzt mal so aber das kann sich doch bewegen oder das hier so anguck und ist doch irgendwie bewegen das kann sich bewegen oder und wie mache ich das mit doch so ganz so vorne irgendwie kann man da bestimmt was tun weil es kann sich bestimmt bewegen hier so wie das aussieht ich habe keine zyndbuchsen mehr witzig ja finden hier kann ich das aufmachen und lampenöl aber trotzdem weiß ich nicht was ich denn da tun immer oben gucken was gibt es da natürlich natürlich ist es immer noch mehr gästezimmer studierzimmer jemand studierzimmer mal gucken was man studieren können mal schauen was es da gibt ja ich bin mal gespannt man nicht den komischen fuß fußi da ach du scheiße was ist hier los ein komischer fußi trifft schon wieder so ein komischer gang tausende von dingen wenn wir mal um jetzt gucken warum ist das so komisch warum ist mir so sprubberig geht mir zu denken geht es mir nicht gut oder was ist das hört sich auch ganz komisch an hier was ist das denn kreuz ja vampire hin fort von mir haben wir da irgendwie was da mitnehmen da so ist da was da ist nichts kann ich das dann umschmeißen da ist doch so ein links hinten dran da kommen wir mal nix umwerfen nein 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 das ist das hier ich komme aber nicht viel machen muss ich mal sagen muss ich denn da was tun ist da noch irgendwo was natürlich sind hier nix guck ich denn so komisch weil der ein buch ein buch kann ich rausziehen ne ich kann mehrere bücher rausziehen nur dann ja freunde danach was ist denn mit mir bin ich jetzt krank oder was glasklar warum habe ich denn so komische was ist das brennstofffilterter naja ich würde es ja gerne drauf machen ja geht doch die holenadel habe ich noch vier von den dingen habe ich ganz viele dinge sind hier werden die tür zugemacht ja tja las divers finde ich nix weg da ist leise ein brief-dienst bezüglich der entdeckung einer kugel spreads irgendeine kugel kraft die eigensätze erreichen nicht um bla 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 bats Wilder ja keine schubladen nix nur bücher bilder ist ja unheimlich supi da bis jetzt habe ich noch nichts entdeckt hier da liegt was muss ich jetzt hier aus rum hüpfen oder was ich hoffe nicht das sieht auch nicht gut aus so dann gucken wir mal was finden wir denn hier nur blut und so zeugte also ich hätte gerne mal was ich mitnehmen kann so noch was zum lieben hier experimente ach die sind also nett tierexperimente ist ja alles super ach du scheiße was aus dem rum schnippel ich kann nix mit dem kann man diese blöde kiste aufmachen was da drin was jetzt los was jetzt los was 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 ist denn da?